Wir waren gerade bei der Meisterschaft von Bayer Leverkusen und dass Niklas uns mal gerne den Clip rausholt, wo Leverkusen-Fans wohl zum... Über das Stadion geklidert sind, über den Zaun geklidert sind. Das war vor dem Spiel? Ja. Ne, weiß ich nicht, ob es davor oder danach ist. Aber... Ich finde es eigentlich mal krass, wenn man überlegt, ja, das Stadion ist halt schon dann nicht so smart gebaut, dass man da so leicht rüberklettern kann. Die Leute auch wirklich so, die Security so, stopp, stopp, stopp. Das ist wie so dieses Ding, wo Bonucci, kennt ihr diese Szene von Bonucci, wo der so mit den Fans kurz so feiert, sich umdreht und die Security ihn nicht so reinlassen will? So, Digga. Warst du schon mal dort im Stadion? Tag der offenen Tür. Ja, waren wir. Waren wir zusammen, ne? Wir haben uns Bayer Leverkusen gegen Schalke angeguckt. Du hast Union gesehen, wie die aus dem Morgang? Wir waren da, um Schalke zu sehen, wie sie aus dem Morgang haben. Sehr schön. Auch relativ früh in der Anfangsphase von Xabi Alonso. Eines der ersten Spieler auch, oder? Und bei dir war aber bei gegen Union... Gucken wir, können wir kurz die Zeit nochmal gucken? Leverkusen-Schalke, oder was? Ja, ich will mal wissen, was davor war. Leverkusen-Schalke war 3-0 für Leverkusen. 4-0 für Leverkusen am 8.10.22. Genau. Und wann hat Union gegen Leverkusen gespielt? Ich hatte das Gefühl, dass ihr beim ersten Spiel von Alonso da waren. Leverkusen-Union war ein 5-0 am 6.11.22. Na doch, wir waren vorher dort. Wir hatten nämlich das erste Spiel von Xabi Alonso im Steuer gesehen. Das hatte ich nämlich in der Story so in meinem Kopf drin, als ich das gesagt habe. Xabi Alonso, erstes Spiel Leverkusen, sagt Google, gerade natürlich ganz viel anderes. Ja, gegen Schalke, 4-0. Okay, tatsächlich. Ja, cool. Ein Fact-Check von Splash, der stimmt. Nervs! Yes! All right, ey. In den Chat, Freunde! Anderthalb Jahre Dime-Time, wir haben den ersten Fact von Splash. Ja! Warte mal! Ja, ja, ja. Was für ein Protest? Ach so, sein letzter Protest da von den... Der hohe körperfreie Protest. Twitter ist voll damit. Genau. Ganz, ganz wild auf jeden Fall. Zwölf Jahre Meisterschaft. Ach nee, elf Jahre Meisterschaften von Bayern. Back to back to back to back to back. Oder zwölf? Zwölf. Zwölf. Das wäre jetzt die 13. Meisterschaft in Folge gewesen. 2012 sind sie wieder Meister geworden, glaube ich. Ja. Und dann... 13. Zwölf, 13, also 13 quasi. Ja. Und dann kamen 13, 14, 14, 15, 15, also 12, 13 ist die 1. Wir sind jetzt 24, 25. Nee, wir sind jetzt 23, 24. Ja. Wir sind 23, 24. Wir sind elf Jahre. Zehn. Jeder hat eine neue Zeit. Wir schauen einfach mal rauf, Freunde. Wir haben nämlich einen kleinen Überblick für die letzten Jahre hier rausgesucht. Bayerns ikonische Jahre seit 2012 bis 2012 bis heute. Steht hier auch. Also seitdem sie wieder Meister geworden sind. Also sind es dann... 12, 2, 13 bis 22, 23 sind sie Meister geworden. Genau. Und 23, 24 nicht. Das heißt, sie haben elf Titel hintereinander geholt. 12, 13, 15. Nee, 10. 22, 23. Nein, nein, sie haben definitiv einen mehr als 10. Sie haben definitiv einen mehr als 10. Das weiß ich nicht. Genau. Elf Meisterschaften von Bayern. Ebenfalls auch die Serie... Hey, heute, heute, da sind gestern viele Serien gebrochen von Leuten, ne? Kingsley Coman hatte die Serie, dass er noch nie eine Liga nicht gewonnen hat, in der er gespielt hat als Profi. Die ist auch gebrochen gestern. Der einzige, der seine Serie weiter fortgeführt hat, ist Harry Kane aktuell. Scheiße, der Arme. Ey, kannst du dir das vorstellen? Der hat Jahre auch gestruggelt, zu Bayern zu wechseln. Und dann wechselt der nach drei. Also der Bruder hat einfach... Der hat einfach Pech, oder? Worst Moment. Digga, das ist wirklich... Das ist erst im schlechtesten Jahr zu Bayern kommen, wo man kommen konnte tatsächlich. Wow. Das ist schon echt krass. Und er wird ja mindestens noch ein Jahr bleiben. Und ich finde es krass, wenn Xabi jetzt einmal back-to-back die Meisterschaft holt. Und damit... Ich sage, Harry Kane macht nicht mehr... Also, im zweiten Jahr macht er 100%. Aber er wird ja auch nicht jünger. Wenn die nicht Meister werden, geht er, glaube ich. Harry Kane wird auch nicht jünger. Der hat schon... Ich glaube, der hat eins zu eins die gleichen Geheimratsecken wie ich, Harry Kane. Wirklich. Ich war kurz davor, mir seine Frisur zu schneiden. Wisst ihr, Freunde? Ich bin ja sehr überlegen, was mache ich mit meinen Haaren mittlerweile. Guck mal, wie lang die jetzt sind. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und Harry Kane, bis auf die Nase, habe ich die gleichen Geheimratsecken wie Harry Kane. Also so ähnliches Gesicht, ja. Passt auch ähnlich sportlich, seitdem ich jetzt wieder Fußball trainieren gehe, Freunde. Ah so, ja. Und ich bin ja überlegen, vielleicht seine Frise zu machen. Können wir mal kurz seine Frise pullen? Ja, pull mal seine Frise pullen. Vielleicht mal auch mit den Teasies und Gamer Brother quatschen. Vielleicht feiert er auch Trust No One halt. Dann habt ihr eins zu eins den Serien. Hey, heute kam ein neues Trust No One-Paket an, Digga. Ist doch kein Hate, ich feiere es doch. Ja, es kam das Neues an. Ich habe wieder neue Klamotten, Digga. Theoretisch, die ich da rücken kann. Aber ich war nicht zu Hause. Bei mir ist es auch, bei Kleiderschrank ist auch so Eintracht Spandau. Oh, weiter geht der Lachs und keine Ahnung was alles. Zwischen durch Brüste oder Hertha. Da kommt so ein Trick oder so Birch, Hertha Birch, ne. Deswegen, man fühlt, das, was er gesendet bekommen wird, der Kleiderschrank. Weil man zu entspannt ist auch immer. Geil, wirklich. Vielen Dank. Hey, das ist nicht seine aktuelle Frise. Das ist nicht aktuell. Viel länger, Digga. Harry Kane Haartransplantation hat er anscheinend. Oh. Guck mal, die alte da. Ist nicht gut geaged, Digga. Ja, ist. Ja. Aber er hat momentan schon so ziemlich lange. Er kann die so nach hinten machen. Die sind schon. Aber er, du. Ja, so, guck. Die sind schon lang. Aber ich hab schon überlegt, soll ich vielleicht so machen? So ist schon fresh. Also du hast aber... Guck mal, hier. Geheimratsecke bei ihm so? Ja, ja, ja. Bin ich bei dir. Ihr habt ähnliche Ecken an sich. Aber, äh... Was sagt der Chat? Wollt grad fragen. Er hat die Haartransplantation gemacht. Wo bist du? Warum machst du das nicht? Bruder, aber er sieht nicht so aus. Bro, dann guck aber Harry Kane, wo er... Geh mal einmal noch zurück, weil da war nämlich einmal so, hat man... Guck mal da. Dieses Bild dort in der Mitte, da wo man in den kleinen Kreis das sieht. Da haben wir in den kleinen... Da, so sahen nämlich seine Haare aus. Oh, okay, damn. So hab ich's ja nicht. Es geht mir ja nur um die Geheimratsecke. Ich hab ja oben volles, dickes, wunderschönes Haar. Ja. Dahinter halt. Damn, ja, nee. Gib dir, gib dir. Hol dir Skechers. Mach alles. Geh Harry Kane-Weg. Gewinnen wirst du dann tatsächlich keinen Titel. Aber dir geht's gut wahrscheinlich trotzdem. Also, ihm wird's nicht schlecht gehen. Man hat ja auch von Harry Kane an sich alles, was man von ihm jetzt gehört hat, immer nur sehr Positives gehört. Der hat ja gefühlt drei, vier Monate dann im Hotel da gelebt. Da meinten die Gäste auch, das war der beste Gast, den die jemals hatten, so, geschildteste. Bestimmt, er war nicht so dieser, der so jeden Tag gesagt hat, Room Service. Der Beste, den sie jemals hatten. So haben die gesagt. Also, so, Sympathischste. Der Beste, den wir jemals hatten. Ja, vielleicht wollten die diesen Shoutout. Und er war so, this hotel was nice. This hotel, I don't know, but Hotel. Ich hab geschrieben, Google Review, I will come again. Ja. Harry Kane, wirklich eine toffe Zeit. Können wir auch diesen... Können wir den nicht pullen? Den, äh, was, äh, seitdem, seit der Harry Kane-Unterschrift, dieses Meme? Hatten wir das irgendwo reingepackt? Wir haben, also, im Doc haben wir hier jetzt keins, wo dazu was steht. Aber wir hatten das doch gerade eben erst, und das war zu lustig, Digga, fand ich. Hä? Dieses, was du gerade eben noch gezeigt hast zu ihm. Ach so. Dieses, wie hieß die Seite? Ich kenn doch die Seite. Das war irgendwas mit F. Bayer Leverkusen. Eine Ahnung. Feudidity oder sowas, Digga. Ach, das mit dem, seitdem er das geschrieben hat. Ja, das passt doch jetzt noch, wenn wir schon bei Harry Kane sind. Das wurde mir heute schon hundertmal angezeigt. Naja, 32 Tore hat Harry Kane. Trotzdem, Digga, muss man ja mal respekten. Aber Tafelnummer kommt nach, kommt zu den Bayern. Und am Ende des Tages ist dieser Mann am Start und schnappt sich die Schale vor seinen Augen. Er hat ja bis heute noch keinen Titel. Also der ultimative L wäre ja jetzt tatsächlich, wenn die ins Finale kommen und verlieren. Das wäre danach, glaube ich, Harry Kane hat toughe Zeiten, wenn das passiert. Aber dafür mussten die erstmal ins Finale kommen. Champions League ist die nächsten Tage wieder. Da könnt ihr gerne auch einen Blick drauf werfen. Vielleicht mache ich spontan auch eine kleine Watchparty an einem Tag der beiden Tage. Ich weiß es aber noch nicht genau. Ja, ohne Kane, schreibt auch nochmal Okan Buduk, wäre Bayern ja mittlerweile vom zweiten Platz entfernt. Meilenweit, sorry, nicht mittlerweile. Er wäre meilenweit, wäre Bayern vom zweiten Platz entfernt. Was sagst du? Ohne Kane dieses Jahr, FC Bayern, landen die auf Platz 4, 5? Schaffen die Europa? Dann hätten sie ja einen anderen Stürmer geholt, der auch getroffen hätte. Sagst du, man hätte schon einen ähnlichen Ersatz gefunden? Ich meine, er hat aber zwei... Aber da haben wir jetzt mal, sie hätten keinen gefunden, meinst du? So in dem Szenario. Ja, also ohne jetzt... Dann hätten die Mathis Tell wahrscheinlich, der auch gut performen würde, wahrscheinlich auch. Schwer einzuschätzen. Er ist schon da, aber er ist auch schon gut. Aber für mich persönlich, ja, ich weiß, es werden jetzt viele nicht so feiern. Für mich persönlich war er trotzdem nicht so dieser Glory-Bringer. So, weißt du, was ich meine, wenn ich das mal... Weißt du, er war nicht so... Brislik, du musst die Szene switchen. Er hatte nicht so diesen Lewandowski-Style, wo man so sagt, so Bruder, der sieht ja alles auseinander. Natürlich. Shining bright like a diamond, so er ist der Heftigste, er könnte Ballon d'Or gewinnen. Aber ja, klar, er hat viele Tore gemacht und sowas, aber ich hatte nicht das Gefühl, finde ich persönlich, dass er so... Ja, vielleicht ist der Unterschied, dass halt da, als Lewandowski zu Bayern gewechselt ist, dass Bayern halt davor zwei Jahre keine Meisterschaft geholt hat. Und als Lewandowski dann zu Bayern kam, haben sie halt den besten Stürmer der Liga halt... Und er war ja auch viel länger da, Harry Kane. Viel jünger. So haben wir jetzt erst. Damals war Lewandowski 24, 25, war genau jetzt, ist genau auf dem Weg, also er war schon gefühlt so richtig gut. Trotzdem hatte ich nicht so dieses Gefühl von wegen so, boah, der Mann, der nimmt jetzt alles auseinander, der ist geisteskrank. Auch wenn er natürlich... 32 Tore. Immer noch, ja, genau. Bro, er hat genauso viele Tore wie Nkunku und Füllkug letzte Saison zusammen. Also ich finde, da kann man schon... Letzte Saison war aber auch schon echt arsch mit 17 Toren. 16 Tore. 16 Tore. Ja, ist arsch, Digga, aber du musst trotzdem 32 Tore und neun Vorlagen in der Bundesliga machen. Natürlich, Big Props an dieser Stelle. Ich meine nur, dass es mir nicht so vorkam, dass es so... Genau, weil er ist halt jetzt nicht, er hat jetzt keinen Dreierpark gegen Leverkusen geknallt, so. Das hätte man dann sich gewünscht, so wie Lever in der einen Saison Fünferpark... Bayern ist halt nicht Meister geworden. Das ist das Problem. Wenn er meist... Dafür aber die letzten 13 Jahre, 11 Jahre, 11 Jahre, haben wir gleich gesagt, ne? 2012. Wollen wir mal einen Blick werfen auf Bayerns ikonische Jahre, was ich vorhin kurz angekündigt habe? Ja, definitiv. Es tut mir leid, dass wir jetzt so viel über Bayern reden, obwohl ja Leverkusen Meister geworden ist. Aber man muss ja auch an irgendeiner Stelle die letzten Jahre von Bayern auch mal... Wie soll ich sagen? Proppen. Proppen. Proppen? Ja. So Props geben einfach. Genau. An Leverkusen. An Bayern. An Bayern. Das ist für die letzten Jahre muss man Props geben. Ja, auch wenn es natürlich für uns langweilig wird als Nicht-Bayern-Fan und sowas und auch für die Deutschen, dass sie immer Meister geworden sind, muss man trotzdem mal proppen. Hier, ich hab mal den Link demarkiert. Das war halt fucking pure Domination so über Jahre hinweg, ne? Ja, wirklich. Und ich finde, was mich daran auch so krass genervt hat an diesen zwölf Jahren Bayern-Meisterschaften, die Bundesliga war gefühlt wie die Leute in der Farmers League, ne? Also die haben so auf die Bundesliga geguckt und gesagt, Bayern wins this shit all the time. So, es muss ja voll easy sein, dort Meister zu werden, so. Aber das war halt einfach nur Bayerns Exzellenz. Ich glaube, die Häufigkeit von anderen Teams, die wir wollen haben, wie meinst du das? In einer Runde wieder, hast du in den letzten Jahren stehen wir halt bei City. Ja. Waren es nur Man City und da war doch zwischendurch immer jemand. Leicester City war mal zwischendurch, da gab es immer mal so Premier Leagues, die... Da hast du halt Man City die ganze Zeit fast Meister gewonnen oder Liverpool halt, oder? Dann gab es doch so... Ja, kann schon sein, ja. Es geht halt in diese... Das ist so ein Classic Splash und Benji. Niklas hilft uns jetzt auch noch mit diesem Halbwissen. Stark. Noch einen reingepackt. Aber warte mal kurz. Ja. Ne, aber das meine ich. Also egal, wer... Geil, also ihr habt einen einzelnen Chat, ihr habt Niklas gerade nicht gehört, oder? Cool. Hallo, ich bin Zerrin. Also, wollen wir jetzt trotzdem mal einen Blick werfen, was ich da rausgesucht habe, oder? Ja. Ne, lass uns auf jeden Fall raufwerfen. Wir werden drauf scheißen. Ne, wir werfen drauf. Du musst lesen, ich kann nichts erkennen. Ich muss lesen. Since Bayern 11-year dominance comes to an end today, here is the threat of some iconic moments in that period. Was heißt auf Deutsch? Die ikonischsten Momente in den letzten Jahren, wo Bayern Meister geworden ist. Mal schnell abgehakt. So, Juppa, Enkis, weiter. Juppi, weiter. Meister, was steht da? Meister, oder? Achso, ich soll vorlesen. Everything starts here. Bayern go trophiles in 12-12. And then win it all only one year later. Bayern finish 25 points ahead of Dortmund. 25 Punkte, Digger. Nein, son. 25 Punkte ist schon eine Rückhand, die sich sehen lässt, meine Freunde. Die Shepard. Und da sehen wir auch Shaqiri. Wichtig, Digger. Wer alles auch da war. Das ist sehr nice sein, sich anzuschauen. Weiter geht's. Another one. Enkis comes out of retirement. He mentioned that after every training session, he'd go to his empty hotel room and feel lonely. So lonely, but it was worth it to him. He was willing to do for free. Wow, Digger. Ehrenl. Nr. 14. Nr. 14. He was willing to do it for free. Soll ich auch, wenn du... Mann, Digger. So redest du Englisch. Das soll ich machen. Spaß. A boah. Oh. Nein. He only signed the contract three months later as Bayern forced him to 2018. Weiter. Boah, guck mal, wer auf dem Bild ist. Pizarro. Alaba, Pizarro und Thiago. Oh, dass der damals zu Bayern auch kam, fand ich so crazy. Ja, das war mit Pep, oder? So ein Baller auch. Thiago's beautiful following against Stuttgart to seal Bayern's comeback in a stoppage time 2014. This is absolutely frightening. Geiles Bild. Robert Lewandowski. Lewandowski scores five goals in nine minutes. Even Pep couldn't believe it. Alter, wirklich. Das war legendär. Das war gegen Wolfsburg auch, ne? Ja, ja. Neun Minuten. Gab's aber nicht sogar jetzt irgendwann jemanden, der das rasiert hat schon? Halbessen in the game. Lass uns weiter machen. Fünf Tore. Das geht niemals. Fünf Tore. Warum frontest du heute so gegen mich? Hä? Wo hab ich dich gefrontet bis jetzt? Ich hab nur nachgemacht. Ey, ich hab's so gemacht. Wie soll ich denn machen? Es ist nicht mal ein richtiger Joke. Es ist gar kein... Ich verarsche. Also, es gibt kein Verarschen. Ich hab ja nur gelacht. Ja, ist doch cool. Mach weiter, Digga. Okay, sorry. Du verarschst dich die ganze Zeit. Aber wir wollten mal eine coole Zeit, als Pep Guardiola bei Bayern war, finde ich. Legendär. Muss man sagen. Vor allem... Pep Guardiola einfach. Er hat einfach Deutsch gesprochen auch da, ne? In der Zeit, er hat es so geübt und er hat so Interviews auf Deutsch. Er ist ein Baller. Sehr krass. Er ist ein Macher. Sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass. Weiter geht's. Ribéry und Robben. Robbery. Absolut wilde Zeit. Both. Robben and Ribéry score for Bayern in their last Bundesliga game to seal the title. Dortmund, finde ich, second. Finde ich two points behind Bayern. Boah, das ist auch nochmal eine knappe Meisterschaft. Richtig geiler Abschied für Ribéry und Robben. Ribéry ist dann eingezogen bei Salt Bay in der Küche, Digga. Er gönnt sich immer diese goldene Steak. Saftig. Ähm, alright. Bayerns unbelievable comeback against Leipzig. All of us free kick and Robben's solo goal to send it. Alter, in der 90. Minute haben die das Ding noch gedreht. 84. waren die mit drei Toren hinten. Das ist crazy. Mit zwei Toren hinten und haben es gedreht. Kennt ihr das Tor nicht? Von Robben, was er da gezogen hat? Ne, weiß ich nicht mehr. Ich habe es schon wieder vergessen, das ist zu lange her. Wollen wir mal reingeschauen? Soll ich mal gucken, ob ich es finde? Na, ja, ja, ja. Guck, beide. Definitivly. Robben versus Leipzig goal. Splash und Benji wieder lost. Ja, sieht man dort. Hat Dings gepostet, FC Bayern vor sechs Jahren. Direkt Robben versus Leipzig goal als erstes oben. Fuck, soccer highlights. Ja. Mach ruhig. Ja, ist so geil. Ne, mach so. Das waren so schöne Zeiten. Cool. Robben war so geil, Digga. Wirklich. Auch wie er mal gejubelt hat. Robben war einfach zu geil, weil er, wenn er gespielt hat, weil er immer zerstört hat, wenn er gespielt hat. Aber sobald er einmal getackelt wurde, du wusstest, er war raus. Er war sechs Monate raus, Digga. Ich schwöre es dir mal. Er war immer verletzt gefühlt. Ich habe immer im Kopf, wie alle gesagt haben, Glasknochen robben und sowas zu ihm. Und er hat ja noch Jahre hinweg dann bei Groningen gechillt, ne? War Co-Trainer dort, ein bisschen Spielertrainer, hatte ich auch so diesen Ryan Gixway, sehr, sehr cooler Typ. Ja. We're done with the 90s? All right, weiter geht's. Dann haben wir Musialos. Last Minute, go to win it all. Das ist das berühmte Ich-will-die-Welt-brenn-sehen-Spiel. Ja, ich wollte es gerade sagen. Das ist das berühmte Ich-will-die-Welt-brenn-sehen-Spiel von Herrn No-Hand-Gaming. Jamal hittet den Game-Winner. Guck mal, Kimmich hinten. Er geht wirklich direkt in die Prey-Position, Digga. Er geht schon wirklich auf die Knie. So ist das nämlich. Pep Guardiola not hold him back against young Kimmich after the final whistle versus Dortmund. This speech would form Kimmich going forward. Das muss aber auch for real krass sein, von einem Pep sowas zu bekommen. So ein Pep-Talk, dass er ihn so hält. Und ihn wahrscheinlich so geile Sachen sagt. Und ihn so pusht. Da muss man sich ja sehr besonders fühlen. Und muss einen sehr beflügeln für die Karriere. Hoffentlich hat er ihm nicht gesagt, du bist ein Sechser. Weil dann hat uns Pep Guardiola die letzten Jahre schon saftig gefickt auf jeden Fall. Will ich nur mal einmal sagen. Hoffentlich hat er ihm das nicht gesagt. Er hätte ihm irgendwie sowas sagen müssen, du bist der neue Philipp Lahm. Das hätte er ihm sagen müssen. Naja. War auf jeden Fall eine geile, nicht eine geile Zeit, so würde ich es gar nicht nennen. Eine interessante Zeit mit vielen Ups und Downs. Für Bayern mehr Ups, ja. Für Bayern nur Ups. Für Nadeff war mehr Downs. Achso. War nur Ups für Bayern, ne. Es waren elf Jahre fucking Meisterschaft. Und man hat es ja auch schon in den letzten drei Meisterschaftsfeiern erlebt, dass selbst die Bayern-Fans davon schon satt waren, Digga. Ja, so wie die klang, also die erste war crazy und die elfte war. Natürlich wird es dann von den Medien und vor allem von Social Media immer so zerpflegt. Guck mal, da ist gar nichts los und die Freunde sind gar nicht mehr los. Ja, aber habe ich das auch gesehen, wie da bei Leverkusen so, der Meisterpost von Leverkusen versus der Meisterpost von Bayern letztes Jahr. Ja, Bayern ist elfmal in Folge Meister geworden, Digga. Wenn es das elfte Mal in Folge ein Arschbild-Post ist, kriegt es nicht so viele Likes wie dein erstes, wo die Leute hundert Jahre drauf warten. Da weiß ich nicht. Von dir und mir, ja. Aber ich glaube so, der Algorithmus funktioniert da gut, glaube ich, für die Frauen. Das ist kein guter Vergleich. Und für die Männer, würde ich sagen, das ist kein guter Vergleich. Der läuft immer tatsächlich. Ich glaube, wenn eine Sache läuft, dann ist das Nacktheit im Internet, oder? Die funktioniert, egal ob Twitch, YouTube, Dings, fucking Sex Cells. Das hat mir einmal Niklas letztens gesagt. Und das ist auch Fakt. Das hast du mir gesagt letztes Mal. Hast du vergessen, ja? Naja. Im Gegensatz vielleicht mal. Kurzes TikTok. Was? Welchen Weg Leverkusen gegangen ist. Oh. Mit Vizekusen. Oh ja. Let's take a look, baby. Leverkusen. Kennt man das, oder kann man hier auch vollbilden? Du kannst auch vollbilden. Nee, aber man erkennt's. Du kannst doch unten rechts eigentlich vollbilden, oder nicht? Geht nicht? Aber man erkennt's. Ah, du musst ja eh nur die Bilder durchklicken. Ja, da kannst du auch zoomen, oder? Also. Oder du machst es auf den Seer, Runde, der Gast. So hochkannst. Ja, stimmt. Dann kann ich da rechts. Ah, und dann machst du einfach mit Gast an, oder? Okay. Geil. The Story of Neverkusen. Also wir sagen Vizekusen, die Engländer sagen anscheinend Neverkusen. Bayern auf der 1, Leverkusen auf der 2. 6, 97. Zwei Punkte Abstand. Man hatte mehr Siege als die Bayern, aber konnte leider nicht genug. Also die hatten halt zu viele Niederlagen, ne? Ja, Bayern hatte mehr Draws, also unentschieden. Ist das Back-to-Back gewesen? Das ist 98, 99 jetzt. Ja, auch wieder. Also 96, 97, Leverkusen Zweiter. Und 98, 99, Leverkusen Zweiter. München Erster, beim anderen auch München Erster. Ja, ja, okay. Ah, okay. 98, 99, okay. Ein Jahr dazwischen, ja. Dann 99, 2000. Mit Ballack auf dem Bild. Wieder Zweiter. Punktgleich. Oh, Alter. Oh, das muss ja wehtun. Wenn du punktgleich nicht Meister wirst. Dass es da nicht dann so ein Elfmeterschießen gibt, was heißt, entscheidet. Das ist ja wie geiler, Digga. Ja, mit Golden Goal. Finale. So ein Finalspiel. So ein Finalspiel wäre dann irgendwie schon nochmal krass. Aber wir wollen nichts am Fußball verändern. Greifst du das nicht an, okay? Dann nächstes, darauf die Saison, oh. Digga, das ist Rainer Kallmund, oder? Das ist Kalli. Alter, mit dem Schnorris. Wieder Zweiter darauf die Saison. Junge, daher kam das alles. Ja. Wir sind, da waren wir fast flüssig noch, Digga. Im Stadion stehen ja auch überall so Sprüche von so Spielern, die dort gespielt haben und sowas. Ja, ja, mit Ballack und so, ne? Ich hättest ja auch, irgendjemand hat gesagt, nichts ist scheißer als Platz zwei. Geiler Satz, Alter. Ja. Ah, und dann 2-10-11, großer Sprung. Wieder Zweiter geworden. Aber da war dann viel Zeit dazwischen. Mit Kießling, ne? Ja, Kießling und Rolfes. Und jetzt heute. Bam. Da sind sie. Digga, aber wie dominant hat Leverkusen diese Saison rasiert? 40 Spiele ungeschlagen? What? Digga, wollt ihr mich verarschen? Wie kann man so dominant durch eine ganze Liga gehen? Tuchel muss sich so verarscht vorkommen, Digga. Jeder hat so wirklich, jeder hat ein Championship bekommen, Digga. Niko Kovac hat ein Championship bekommen. Alle haben einen, achso. Er hat den ja auch bekommen, stimmt. Von Nagelsmann geklaut. Er kam ja letzte Saison und hat ja die Bundesliga gewonnen. Wie viel davon auf seinen Nacken geht? The question is what is the question. Gefühlt hat er sehr, sehr close. Gefühlt hat er auch, ja, es war sehr, sehr close, ja. Und gefühlt hat, lief das ja auch gut mit Nagelsmann. Also ich glaube, Tuchel hat fast genauso viele Niederlagen geholt in dieser Zeit, wo er da war, wie Nagelsmann nicht mal in dieser Saison, glaube ich. Also das war ein verrücktes Sein. Ey, wenn wir jetzt kurz bei Nagelsmann sind, ich habe es gerade gesehen, Pletti, Bruno Plettenberg, hat gerade auf Twitter gepostet. Breaking News. Hashtag Nagelsmann. Seine Rückkehr zum FC Bayern wird mehr und mehr wahrscheinlich. Das war irgendwie klar. Nagelsmann kann imagine, return to Bayern, but he has not yet given his final green light, advanced talks, now and plans about three or four year contracts. Das Ding ist auch, wenn der jetzt... Das wäre so arsch, wirklich, das wäre so arsch, finde ich. Warum findest du es arsch? Das ist so, finde ich, das ist so ein... Und weißt du so, als ob du dich so in deinen Arsch wieder verkaufst, so Digga. Wieso? Als ob deine Olle dir fremdgegangen ist und nach einem Jahr kommt er wieder zusammen. Nee, so will ich es nicht. So ein Gefühl habe ich dabei. Ja, okay, ich kann es verstehen, aber ein Beispiel so, jemand hat einen Fehler begangen und will den Fehler wieder gut machen, dann weißt du doch, Digga. Nagelsmann, wie kommt Nagelsmann rein, Digga? Er slidet mit Longboard, Digga, am Sliden. Er ist so, er grindet rein. Aber die machen es ja, aber die wollen es ja nur wieder gut machen, weil sie es brauchen, weil sie ja... Digga, wenn die jetzt Meister geworden wären, hätten die bei Nagelsmann angeklopft, kannst du es vergessen. Wissen wir nicht. Digga, das ist... Mit Braco und Kahn ist das Ding, sagt man. Ja, aber es ist so, als ob deine Ex-Freundin dann zurückkommt, weil ihr neuer Freund sie betrogen hat und jetzt braucht sie dich wieder. So ist das. So, doch, guter Vergleich. Ich sag ja, der Vergleich ist gut. Gut, aber Nagelsmann kann da richtig entspannt sliden, halt. Er darf wahrscheinlich ja Narrenfreiheit, Bro. Wirklich, ich glaub, Uli Hoeneß muss auch mit Longboard kommen bald und so. Er kann sowas bringen, Digga. Also klar, Bayern macht sich lächerlich damit und wenn Nagelsmann das halt used und dann wirklich zeigt, wo der Frösch die Locken hat, krass. Aber Nagelsmann könnte doch einfach sagen, I don't fuck with you. Ja, das wär ja krasser. Aber... Er wird jetzt erstmal Europameister, Digga. Und dann sagt er, ich mach mal Pause mit Thomas Müller-Zamme. Oder er geht dahin, wo Kloppi jetzt erstmal sein wird, im Ruhestand, so Pause ein bisschen. Er hat ja auch nicht wirklich... Er ist so jung, was für Pause. Er hatte Pause, ne? Was für Pause, Mann. Er ist so jung. Aber, Digga, wo war er jetzt? Er hat einfach schon die deutsche Nationalmannschaft, Digga. Wie früh hat er schon alle Buckets abgehackt. Er ist noch nicht deutscher Meister geworden. Er ist deutscher Meister geworden, klar. Ja, stimmt. Ja, dubbel nicht. Mit Bayern. Ja, Lewandowski noch. Nein. Doch, da war Lewandowski noch da. Ja, noch mit Lewandowski. Ja, sorry. Ich dachte, das kann so, als ob er da neu gekommen ist. Da war Nagelsmann gefühlt auch selber noch ein Kind. Ja. Mal schauen, was Nagelsmann macht. Ob der wieder zurückkommt. Wir können ja auch ganz kurz einen Private-Stepback machen. Ich und Kollege Rizlek waren vergangenen Freitag beim Heimspiel von Hertha BSC. Warte, bevor wir jetzt kurz... Ne? Waren wir noch gar nicht fertig? Wir waren noch gar nicht durch. Ja. Lass uns noch kurz bei Bayern und Leverkusen bleiben. Sorry. Apropos, wenn Nagelsmann zurückkommt. Was denkst du denn, was passiert, wenn Stani Sitsch zurückkommt in die Bayern-Kabine? Ja. Das ist auch ein geiler Stepback. Der geht für ein Jahr, holt da wieder die Meisterschaft, kommt zurück und dann wieder zu Bayern, ja. Und ohne Kaufoptionen gegeben, sowieso schon auch ähnlicher Schuss in den eigenen Fuß. Vor allem trifft Stani Sitsch dann tatsächlich auch gegen Bayern. Und Tuchel sagt diese Regel, die er gebracht hat, diesen Satz, und diese Regel gibt es deswegen in der Premier League, dass man... ...spieler gegen dich spielen dürfen. Ja. Aber das kannst du sicherlich auch in eine Klausel mit reinpacken. Ne, wir können ja mal gucken. Wenn Stani Sitsch zurück zu Bayern kommt, da habe ich ein süßes Video auch rausgesucht. Ne, ich finde es grandios. Du hast ja gesehen, wo ich draufgeklickt habe. So wusste es aber jetzt nicht, was kommt. Wir gucken mal an. Ne, wir sehen es nicht. Egal. Aber so könntest du uns da hinziehen halt, ne? Weil hier sieht man es. Okay. Stani Sitsch, wenn er zurück zu Bayern kommt, wir werfen mal einen Blick. Ah nein, das ist doch dieses... Das ist doch dieses... Ich weiß schon was. Halt besser dein unqualifiziertes Maul. Ey, ich bin so froh, dass du einfach die Stierungen an dir gekommen bist, Digga. Das ist aber wirklich nur das Süßigste, Digga. Was aber jetzt nicht Stani kommt, Digga. Sonst hätte ich dich umgekippt, Digga. Ich schwöre es dir. Ich hätte es nicht geschafft. Ja. Safe, safe, safe. So werden alle sagen, Digga. Halt deine Schnauze, wie du meistern. Ah, das ist krass. Das ist krass. Stark, Alter. Ja. Was haben wir noch? Pull it up. Schön, wirklich. Pull out the best memes you got under his leg. Mann, wirklich. Einfach Leverkusen-Meister. Das ist schon crazy, ne? Schon wirklich crazy. Die Stadt war ja voll. Leverkusen-Stadt war ja voll, wirklich. Hätte man nicht gedacht. Ja, da wurden ja nur 40.000 oder so in Leverkusen. Da war ja wirklich richtig was los. Digga, da kamen wirklich alle Leverkusener von überall. Leverkusen-Stadt war ja voll. auch so lustig, wie dieser Sound. Der könnte einfach so ein Kindergeburtstag sein. Die machen so Robbie Bubbles auf und so. Ich wollte das wirklich gar nicht sagen. Warum hat es nicht geknallt, Alter? Das hört sich an, wie so 20 Leute gucken zu Hause und fangern oder so. Als ob die nur den Sound eingefügt haben. Was sagst du? Leverkusen-Na-Na-Na-Na-Na. Die hat mir geschrieben. Die hat mir geschrieben, dass der Track jetzt raus ist. Sollen wir reinhören? Wirklich? Ey, krass. Aber wurde ja wirklich früh gestürmt, der Platz. Wurde früh gestürmt. 89 Minuten schon beim Leverkusen-Spiel. Bei dem 5-0 von Würz. Was hat Würz eigentlich gemacht? Kurze Appreciation, Alter. Ey. Was für Tore sind bei dem Spiel gefallen? Hast du die gesehen? Nein. Das waren fast alles Traumtore. Ich habe NBA-Geschön. Ich glaube, drei außerhalb des Sechzehners. Drei außerhalb des Sechzehners? Ich glaube schon. Digga, das ist jedes Mal eine Fünfzehner-Quote. Und Würz, glaube ich, zwei außerhalb, wenn ich mich nicht irre. Schaka hat Doppelböck gemacht? Nein. Schaka hat außerhalb des Sechzehners ein Tor gemacht. Ich erinnere mich noch, als er bei Arsenal war und alle haben mal gerufen, shoot, shoot. Weil er direkt am Anfang dieses Longshot-Ding geknallt hat. Das ist schon krass, ey. Und die haben dann das Feld gestürmt. Natürlich. Ich denke mir immer so, ey, wartet doch, bis es vorbei ist. So, dann go for it. Die Leute sind eh ready dafür, dass sie stimmen. Aber wartet, bis es vorbei ist. Weil das war dumm, finde ich. Das ist unnötig. Also finde ich wirklich unnötig und dumme Idioten, die sowas machen. Klar, man wartet lange, dass sein Verein am Start ist und gewinnt. Ewigkeiten. Über 100 Jahre. Meistens sind es aber die, die als erstes aufs Platz rennen, die, die gar nicht gewartet haben. Die erst seit vorgestern da sind. Das finde ich ein bisschen dumm. Finde ich ein bisschen dumm. Wartet, bis das Spiel vorbei ist. Und es wäre doch auch viel cooler, Digga, wenn die alle dann so, die Spieler allein auf dem Platz sind. Du kannst sie beobachten, wie sie feiern. Und alle auf den Rängen feiern mit, Digga. Als ob du jetzt einen Unterschied machst, finde ich, ob du auf dem Feld bist oder auf den Rängen. Ja, aber das ist so dieser Vibe. Ja, aber es ist viel zu normal geworden, das Mann, Digga. Wirklich diese Zeit lang, wo alle plötzlich Platzstimmen gemacht haben. Ja, wir haben doch, hat nicht Hamburg letztes Jahr gestürmt, obwohl die nicht mal aufgestiegen sind, Digga. Das meine ich doch, Digga. Jeder stürmt den Platz. Ich bin bei dir. Das ist echt normal geworden. Man erwartet, dass halt die, die Meister werden so, außer Bayern, die sind so, nee, ich bleib hier mal mit dem Platz stehen. Aber was haben die jemals, gab es bei denen einen Platzsturm? Wir haben immer noch ein Bier trinken. Da haben wir sich mal Meister geboten. Da muss ich ja Meter machen. Aber was da passiert ist, beim Platzsturm, Freunde, haben viele bestimmt gar nicht mitbekommen. Und da habe ich eine geile Story gelesen, auch schon wieder bei meiner Quelle Nummer 1, Twitterino-Freunde. Sorry, das ist... Sorry, Freunde. Ihr checkt nicht zu Hause, was abgeht. Wie soll ich es erklären? Kannst du doch erklären, das so wichtig ist nicht. Zeig nochmal beide. Zeig nochmal beide. Beide Kameras. Jetzt sitzt der wieder normal da. Du hast glaube ich gar nicht gecheckt. Doch, er sollte nur mich zeigen. Und dann hat er nur dich gezeigt. Ja, genau. Ich sollte so zeigen. Ich sag, ich will kurz so wegziehen. Einfach Gachi in 4K, Bro. Also. So. Es ist grüner Rauch aufgestiegen. Freunde. Und zwar. Masimoto. War es Masimoto? Der grünen Rauch gepult hat. Kennst du Masimoto? Ja. Der hat immer grünen Rauch gepult, tatsächlich. Aber. Sie haben ja gegen Bremen gespielt. Ah. Und bei der Meisterschaftsfeier hat dann einfach plötzlich jemand auf dem Feld grünen Rauch gezündet. Okay. Und man denkt sich jetzt so, warum? Das ist ja wirklich auf dem Feld, wie man auf dem Bild sehen kann. Und da steckt einfach die motherfucking Bremen-Szene hinter, die Tickets gekriegt haben für das Spiel, für den normalen Bereich. Und. Naja. Bevor ich sage, was sie wirklich gemacht haben, gehen wir mal in die Historie. Bayern und Bremen mögen sich nicht so wegen diesen ganzen Spruchbändern. Wir können da mal durchklicken durch diese, durch diesen Thread hier wieder. Thread. Durch diesen Thread, genau. Bremen-Fans und Leverkusen-Fans mögen sich nicht so wegen diesen ganzen Spruchbannern, die sie gemacht haben. Was steht hier? Bla, bla, bla. Geh mal eins weiter. Das ist scheißegal. So. Hier, A Bit to Insult vom 2014er Banner bei Ultras Leverkusen. Also 2014 haben die Leverkusener Ultras ein Banner geschrieben und da stand Heterosexuell. Was steht da drunter, Niklas? Kannst du es vorlesen? Ich kann es kurz erkennen. The Clubs Colors in Green. Nein, nein. Was auf dem Banner unten steht. Auf dem Bild. Das kann ich nicht ergänzen. Dann muss das gut. Vereinsfarben uninteressant, Hauptsache die Homo-Fahne in der Hand. What? Das haben die Leverkusener gepullt damals. Vereinsfarben uninteressant, Hauptsache die Homo-Fahne in der Hand. Holy shit, Digga. Aber gab es nicht erst letztes Jahr? Aber das kommt dann wahrscheinlich noch. Das kommt jetzt auch noch. Und es geht weiter. Die Historie geht halt ein bisschen weiter. Da haben Leverkusen wieder ein paar Leute im Banner gemacht. Das war es. Das war es nämlich. Und sagt, der Typ, der sagt, keine Ahnung, es war auch wieder gegen Bremen halt, dieser Smile-Lied, also es soll irgendein Zeichen sein von den Bremern. Es gibt viele Musikrichtungen, aber nur zwei Geschlechter. Also die shooten schon ein bisschen bescheuert so rum gegen Bremen und dann Bremen. Bremen und natürlich auch gegen einfach Homosexuelle und so. Ja, natürlich. Straight up. Und ich weiß auch nicht genau, warum gegen Bremen und so. Bremen ist doch Musikstadt oder sowas. Stimmt, 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 stimmt. Die Bremer Stadtmusikanten. Ja. Und ja, gestern beim Spiel ist dann grüner Rauch auf dem Feld gezogen. Und aus einem einfachen Grund, ein paar Fans von Bremen haben sich in den normalen Bereich halt geschmuggelt, sag ich mal, mit Tickets und haben sich als Leverkusen-Fans ausgegeben und haben an Leute, die Rauchbocken-Verteilung, gesagt, wenn wir gewonnen haben, dann zündet das. Das ist krass, Alter. Ist immer geil, wie die sich so pranken gegenseitig dabei, ne? Na klar, passiert das. Der ist schon guter Kind. Würde uns, glaube ich, allen passieren, so. Könnte uns allen passieren, wenn sie so, oh, Digga, ich wollte auch schon immer mal in meinem Leben einen Bengalo zünden, so mäßig, ne? Oder so einen Rauch, so einen Rauchtopf. Und dann ist einfach Brügel, alle gucken dich so an. Junge, das kann, oh, dann kannst du fast schon Schläge krassieren dort, Alter. Stimmt. Was steht da? Mehrere Geschlechter, aber nur zwei Farben. Es gibt mehrere Geschlechter, es gibt mehrere Geschlechter, aber nur zwei Farben. Ja, das ist der Konter. Das ist der Konter zu den zwei Geschlechtern. Genau, da ist doch wieder dieser Smiley drauf. Ja. Ja. Leverkusenfeier. Es hat sogar in die ARD-Show geschafft, diese grüne Rauch. Das ist schon Falle. Ist jetzt nicht ganz so geil wie Hannover gegen Braunschweig, die auch am Wochenende wieder spielen, ne? Ja, haben gespielt. Die haben schon gespielt. Die spielen noch nächste Woche, dachte ich. Die haben 0-0 gespielt. Sehr spannendes Spiel. Ich dachte mir so, geil. Ich habe gar nichts davon mitgekriegt. Geiles Derby. Ja gut, wahrscheinlich wegen der Meisterfeier, ne? Tatsächlich, viel Rauch um ein 0-0-Derby. Okay, my bad. Ich dachte, ich spiele nächste Woche. Ja, also dazu nochmal. Ich glaube, damit können wir... Das ist auch krass, Digga. Diese eine Cutszene von FIFA mit den ganzen NPCs, Digga. For real, Alter. Oh, shit. Was haben wir hier? Die Meisterschaft von Bayer Leverkusen tut Stefan Kiesdinger gar nicht gut. Leverkusen, deutscher Meister. Sabi Alonso soll das erst mal ein Denkmal bekommen. Weil jetzt irgendwie kommt, Leverkusen war vom Abstieg bedroht und jetzt auf einmal führt er sie zur Meisterschaft. Hättest du damit gerechnet, vor der Saison? Na, ehrlich gesagt nicht. Ich habe gesagt am Anfang, Sabi Alonso, ob das was taugt bei Bayer. Und jetzt hat er so eine Arbeit gedacht. Leverkusen, Kinder. Leverkusen, Leute. Alkohol ist eine Droge. Finger weg von Alkohol. Die Männer auch schon wieder. Wer wurde deutscher Meister? Nur der vier Zombie. Es ist... Das war wahrscheinlich ein Dortmund-Fan, der sich auch mal als Leverkusen-Fan vergleicht hat, weil er auch mal gewinnen wollte. Digga, wirklich. Very, very strong. Aber an dieser Stelle, GGs an Leverkusen. Verdienter Meister dieses Jahr geworden. Sehr, sehr verdient. Sehr dominant. Hat auch sehr Bock gemacht zu verfolgen. Vielleicht ist die nächste Aspirin-Packung ja in schwarz-rot. Tatsächlich. Ich bin auch ehrlich, also so im ganz objektiv angeschauten so, wünscht man sich ja... Hatte man sich schon nach Bayern jetzt wieder mal so einen anderen Verein gewünscht? Einfach so, hätte ich gesagt. Leverkusen ist auch geil. Waren die jemals Meister? Oder hat man sie deswegen... Okay, das ist natürlich dann krass. Dann haben die es natürlich das erste Mal geschafft. Aber irgendwie so ein richtig geiler Traditional-Verein so, wäre schon nochmal einen Zacken krasser gewesen. Natürlich als Herr Tarnak würde man es jetzt Stuttgart nicht so gönnen wollen. Aber irgendwie wäre Stuttgart schon am Ende nochmal einen Zacken cooler gewesen. Ja, finde ich. Aber Xavi Alonso, der ganze... Das ganze Team. Chat hat nochmal auch verbessert. 43 Spiele ungeschlagen. Immer noch auf dem Weg, sich ein Trippel zu schnappen. DFB-Pokalfinale gegen Kaiserslautern, die mit dem Abstieg beschäftigt sind, wo es auch nicht einfach aussieht für die. Da sollten die eigentlich keine Probleme bekommen, weil sie bisher von niemandem wirklich Probleme bekommen haben. Aber vielleicht hat Lautern ja dieses Kryptonit, was Xavi Alonso dann aushebelt, funkelt. Diese Underdog-Rolle, die wird er definitiv haben. Das braucht er dann auch nicht zu sagen, wie gegen Sabu.